Hi Freunde, der Bildergenerator DAWL i3 von OpenAI ist jetzt verfügbar und jeder der ein Microsoft Konto hat, kann das Ganze testen. Mittlerweile könnt ihr Microsoft Konten auch mit eurer Gmail Adresse anlegen, falls ihr nur eine Google Adresse habt. Wenn ihr dann auf bing.com slash create geht, den Link haue ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung, dann habt ihr hier 100 Boost Credits und jede Bildergenerierung kostet einen Credit. Wenn diese Credits verbraucht sind, kann man immer noch Bilder erstellen, diese dauert dann nur dementsprechend länger. Ich weiß leider nicht genau wie lange, aber es ist immer noch möglich dann Bilder kostenlos zu generieren. Und ich habe bis jetzt auch noch keine Möglichkeit gefunden, diese Booster Punkte zu kaufen. Es geht wohl über Microsoft Rewards. Hier kann man Punkte sammeln, wenn man die Bing Suchmaschine benutzt und so weiter. Hier steht ja auch, dass es erstmal eine Preview ist, deshalb schauen wir einfach mal. Ich denke, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis man auch diese Booster Points kaufen kann. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, was uns Bing denn hier created hat. Die größte Neuerung zu DAWL i2, was meiner Meinung nach ziemlich unbrauchbar war, ist, dass man jetzt Text einfügen kann. So, hier habe ich schon einige Sachen getestet. Hier oben seht ihr dann auch den Prompt. Es wird zwar gesagt, dass nur englische Prompts funktionieren würden, aber ich finde, man hat auch schon ziemlich gute Ergebnisse mit diesem deutschen Prompt. Hier habe ich eingegeben, ein 3D-Bild im Disney-Pixar-Stil von einer Flasche Ketchup, auf dem Monster-Ketchup steht. Da ist die KI hingegangen und hat natürlich dann die Monster-AG von Disney mit der Ketchup-Flasche kombiniert. Ja, finde ich im Prinzip gar nicht schlecht. Ja, und hier haben wir das Ganze dann nochmal auf Englisch. Ich wollte natürlich den Vergleich sehen. Und ja, ihr seht schon, es funktioniert schon sehr gut. Monster-Ketchup, so wie wir es eingegeben haben. Allerdings sehen wir auch, dass nur das Fokuswort, das wir eingegeben haben, in guter Qualität dasteht. Und alle, ich nenne es mal, Nebendarstellerschriften sind hier komplett verzerrt und ja, wie man es von der KI eben kennt, unlesbar. Aber auch hier, man erkennt auf jeden Fall, dass er sich hier Mühe gegeben hat. Monster-Ketchup mit zwei Monster-Händen und natürlich muss man auch hier wieder nach dem Trial-and-Error-Prinzip ein bisschen rumprobieren. Und ja, aber die Ergebnisse sind schon so viel besser als bei DALL-E2 und ja, ich sag mal, wo soll das hinführen? In ein paar Monaten haben wir das standardmäßig drin, dass Text auch generiert werden kann. Hier bei den Eingaben, wo Eingabeaufforderung blockiert steht, war einfach das Tool überlastet. Und da stand dann einfach, dass man es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren soll. Genau, dann habe ich ein bisschen rumgetestet und habe versucht, deutsche Wörter zu generieren, was leider überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, ich habe Wörter rausgesucht, die sowohl im Deutschen als auch im Englischen gleichgeschrieben werden. Genau, dann habe ich versucht, eine Frau zu generieren, die am Strand Bikinis verkauft mit einem Schild, wo Bikinis draufsteht. Und hier finde ich die Ergebnisse auch schon sehr stark. Das ist natürlich hier so im Cartoon-Style, aber mir gefällt es sehr gut. In der Vorschau sind die Bilder immer ziemlich verpixelt, deshalb, wenn ihr sie in kompletter Auflösung sehen wollt, klickt ihr einfach auf die Bilder. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Bild zu teilen, zu speichern, herunterzuladen oder dem ganzen Feedback zu geben. Wenn ihr die Bilder nicht speichert, werden die hier irgendwann verworfen. Ich habe geschaut, ich habe die Bilder nicht mehr wiedergefunden. Ich zeige euch jetzt mal eins meiner Lieblingsbilder, was kreiert wurde. Genau, das war hier zum Beispiel das. Ja, eine Kokosnuss, die ein Schild hochhält mit der Aufschrift Kokonat. Und ja, das ist schon sehr cool, meiner Meinung nach. Ja, nur leider wurden dann die Vorschläge auch verworfen, wie gesagt. Nur, wenn ihr sie behalten wollt, downloadet sie entweder oder klickt hier auf Speichern. Dann habt ihr das Ganze hier unter gespeicherte Bilder. Und ja, dann sollten sie auch nicht verloren gehen. Wenn wir jetzt hier nochmal schauen, man muss auf jeden Fall mehr Bilder generieren lassen, bis man ein Bild hat, das einem gefällt. Aber, das ist schon witzig. Ne, Corn Fakes ist natürlich auch ein guter Schriftzug. Aber, ja, es ist schon von der Qualität super, meiner Meinung nach. So, wir können das Ganze jetzt mal testen. So, einfach jetzt mal random. An AI Community celebrates a new image generation tool. So, dann klicken wir hier auf erstellen. Und dann müsste uns gleich hier ein Credit abgezogen werden. Dann sehen wir auch mal, wie lange das Ganze dauert, bis diese vier Bilder generiert wurden. Beziehungsweise manchmal werden auch nur weniger Bilder generiert. Hatten wir hier zum Beispiel das eine Bild und dann zwei Bilder. Ja. Also, was wir hier sehen, ist, dass alle Gesichter noch komplett cursed sind. Und, ja, dafür ist es halt super ungeeignet. So, testen wir es einfach mal in AI Community celebrates. Mal sehen, was er daraus macht. Ah, ja, hier haben wir auch das Beispiel, wir können ihre Bilder im Moment nicht erstellen. Ja, aufgrund der hohen Nachfrage, na, dann müssen wir es einfach nochmal probieren. Der Credit geht dann natürlich nicht verloren. Und dann, siehst du, geht es in der Regel auch wieder. Ja, aber, ihr seht, die Gesichter sind alle wirklich komplett verzerrt und unbrauchbar in dem Fall. Genau, dann könnt ihr euch hier überraschen lassen. Da bekommt ihr dann einen Promptvorschlag. Den könnt ihr dann auch erstellen lassen. Ein Astronaut Dance Party on the Surface of Mars. Digital Illustration. Gucken wir einfach mal, was er daraus macht. Ja, und die Bilder sind auf jeden Fall auch schön. Na, die Dance Party. Aber auch hier ist das Gesicht wieder verzerrt. Das kann es auf jeden Fall noch nicht. In dem Fall lassen wir den Helm besser und durchsichtig. So, mein Fazit und meine Meinung zu dem Tool ist, dass es für den deutschen Markt noch relativ unbrauchbar ist, bis man auch deutsche Worte generieren lassen kann. Dann denke ich, dass man damit sehr brauchbare Bilder kreieren kann. Das Problem in meinem Arbeitsbereich ist, dass man mit Bildern, die ein 1 zu 1 Seitenverhältnis haben, ziemlich wenig anfangen kann. Und das Tool kann eben nur quadratische Bilder ausspucken. Deshalb ist es für mich derzeit wirklich noch unbrauchbar. Um hier und da mal ein witziges Bild zu kreieren, wie jetzt beispielsweise hier diese Bilder, die du im Thumbnail schon gesehen hast. Ist es echt cool. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und dafür ist es halt sehr gut geeignet. Wie gesagt, es geht nur englische Schrift. Ich habe jetzt hier kein Beispiel mehr, aber die deutschen Worte, die ich auf dem Schild zeigen wollte, wurden dann einfach ins Englisch übersetzt. Und ja, deshalb, wie gesagt, ist es noch unbrauchbar. Aber wen es interessiert oder wer es noch nicht kennt, Microsoft hat auch ein kostenloses Designer-Tool. Da dachte ich, komm, mache ich das Thumbnail auch direkt über das Tool. Ja, da könnt ihr nämlich hingehen und sagen, ich möchte jetzt hier meine Medien hochladen, die wir gerade erstellt haben in dem Fall. So, diese sollen, oh, nee, das ist ein Vorschlag. So, wenn wir jetzt hier einfach hingehen und sagen, create a YouTube Thumbnail. So, dann kriegen wir nämlich hier verschiedene Vorschläge. Dadurch, dass er weiß, wie ein YouTube Thumbnail aussehen muss und in welchem Format das ist, können wir hier direkt diese Bilder einfügen lassen. Ja, und du siehst, das ist eine wirklich coole Funktion. Ja, also wer es noch nicht kennt, ist auch komplett gratis. Ist ähnlich wie Canva. Dann könnt ihr hier dementsprechend alles anpassen und ja, so habe ich das Thumbnail in kürzester Zeit erstellt. Aber sind wir ehrlich, das Number One Tool ist und bleibt mit Journey. Es ist definitiv die neue Nummer 1, was Gratis-Bildgenerierung angeht. Und ja, teste es gerne. Ich verlinke dir den Image Creator und den Designer, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und berichte mir auch gerne von deinen Erfahrungen. Und ja, wenn du Tipps und Tricks hast, auch sehr gerne in die Kommentare. Dir wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.